Da kommt mein schönes Geld. Ich finde die Sounds echt unfassbar gelungen in diesem Spiel. Ich möchte fast sagen, noch mehr als die Grafik, weil man merkt halt wirklich, wenn zwei Züge aneinander vorbeifahren, klingt das echt. Wenn später Hochgeschwindigkeitszüge fahren, klingt das auch echt. Auch wenn die in den Tunnel einfahren oder so, das klingt gut. Das klingt schon alles wirklich sehr realistisch, muss man sagen. So. Ach, jetzt hat er mir gerade Geld abgezogen. Wenn der Zug hier ankommt, bei unserem tollen Sägewerk in Ichon, ich weiß nicht mehr, ob es richtig war, dann sollten wir eine Million Dollar haben und schuldenfrei sein. Ganz toll. Komm, jetzt zieh mir bitte kein Geld ab. Lass mich bitte die eine Million kriegen. Es scheitert an 58.000 Dollar. Ich würde dann halt hier ein zweites Gleis bauen, wobei es dann ja auch schon eng wird. Mist. Oder ich verlege hier noch ein Gleis, verbinde das damit und dann verbinde ich dieses Gleis dann damit. Weil hier wird das sonst zu eng. Weil wenn ich hier jetzt nur ein Gleis ziehe, muss ich ja auch nochmal so eine Plattform bauen. Da muss ich auf jeden Fall die Straße neu verlegen. Ich weiß nicht so... Es sollte jetzt noch platztechnisch passen, so ist es nicht. Aber es sieht dann schon ziemlich gequetscht aus. Ich weiß nicht, ob das so schön ist. Gut. Wir sind schuldenfrei. Das ist doch mal wirklich toll. Wir sind jetzt schlagartig vom höchst verschuldeten Mann zum... Ja, noch nicht Millionär, aber zum recht gut verdienenden, wohlhabenden Geschäftsmann geworden. Jetzt gilt es, noch mehr Geld zu sparen. Damit ich mir einen dritten Zug kaufen kann, der dann diese Strecke befährt. Da muss natürlich noch der Bahnhof umgebaut werden. Dann müssen die beiden Züge noch verlängert werden. Oh Mann, das wird teuer. Aber wie gesagt, ihr müsst das ja wenigstens nicht alles mit ansehen. Da schneide ich das ja ein bisschen raus. Wir haben jetzt knapp eine Million. Ich würde die beiden, glaube ich, gerade mal kurz verlängern, um... Um hier zwei Wagen. So, Geld hat gerade so gereicht. Ich hoffe, dass wir jetzt auf eine Rate von... Oh, hat er die jetzt schon aktualisiert? Ich hoffe gerade zu sagen, so 360 oder so wäre ganz schön. Dann würde ich das ja gleich nochmal machen. Nochmal jeweils zwei Wagen. Und dann sollten die beiden eigentlich... auf eine 400er-Rate kommen. Jetzt gibt es auf jeden Fall schon mal mehr Geld. Das ist schon mal positiv. Bei dem Zug noch nicht. Der ist noch nicht... vollgeladen. Aber der hier, der wird jetzt mehr Geld bringen. Die sieht im Sonnenlicht echt viel verrosteter aus als im Schatten. Im Schatten sieht man im Rost gar nicht. Dann baue ich jetzt schon den Bahnhof um. Ja, komm. Das ist egal jetzt. Ich baue jetzt den Bahnhof um. Einmal kurz pausieren. Jetzt wird er kurz rummeckern. Aber das ist egal. Dann wird das damit verbunden. Und dann haben wir hier gleich ein schönes freies Gleis. Um die Werkzeugfabrik anzusteuern. Was hat er jetzt noch rum? Hallo? Hat er das ja noch nie umgestellt? Jetzt ist alles gut. Ach ja. Ganz toll. Wirklich großartig. Ich gebe zu, der Anfang ist tatsächlich echt immer ein bisschen... Naja, nicht langweilig, aber monoton. Aber das wird später ganz anders. Ich prognostiziere euch... Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt hier rausmache. Habe jetzt knapp eine Stunde aufgenommen. Ich schätze mal, das hier wird jetzt so grob das Ende der ersten Folge, vielleicht Anfang der zweiten Folge sein. Ich weiß es noch nicht. Aber ich sage jetzt mal ganz gewagt, in der nächsten oder übernächsten Folge sind die Geldsorgen schon weg. Und dann kann man eigentlich das machen, was man möchte, beziehungsweise das, was gewinnbringend ist mit den Mitteln, die man hat. Klar, ich kann jetzt schlecht die Stadt mit einem Passagierzug, meine Fresse, was ist heute los? Das ist schlimm. Ich schäme mich dafür. Schlecht einen Passagierzug von hier unten nach da oben fahren lassen. Mit meinen 55 kmh-Loks, die keinen Berg hochkommen. Das würde vermutlich nur Minus machen. Ich finde diesen See hier in der Mitte so schön. Also an sich nervt der, weil... Gut, hier kann man eine Brücke drüber bauen, aber das sieht glaube ich auch nicht so schön aus. Aber in sich ist der See schön. Nur halt unpraktisch. Muss man immer hier außen rum fahren. Oder hier. Aber hier ist ein Berg. Gut, ich gucke mir jetzt mal die schöne Stadt an, die wir hier gleich bewirtschaften wollen. Und wir können ja auch, das ist nämlich nicht teuer, hier schon mal für ein bisschen... Ja, erstmal muss ich das natürlich bauen. Für ein bisschen ÖPNV sorgen. Ich fahre am Anfang immer gerne so eine schöne Acht, weil eigentlich hat jede Stadt erstmal eine tolle Acht. Die kann man dann abfahren. Und dann sind alle Menschen erstmal glücklich für den Anfang. Das war ja bislang eh nur Pferdekutschen. Jetzt hat die Frage, lassen wir eine Tram fahren? Oder eine... einen Bus? Also beides in Anführungszeichen, weil beides sind Kutschen. Die eine Kutsche ist in der Schiene, die andere nicht. An sich ist eine Tram natürlich cooler. Ich glaube, ich mache eine Tram. Komm. So. Gut. Erste Haltestelle hier hin zu den Gewerbegebieten. Zweite Haltestelle hier hin. Dann die dritte hier. Die vierte da. Dann ein tolles Tram-Depot. Passt das noch hier hin? Habe ich sonst irgendwo Platz hier in der Acht? Ich möchte halt möglichst jetzt keine Häuser abreißen. Das ist am Anfang ein bisschen verschwenderisch. Ist jetzt zwar nicht so teuer, aber man muss es ja nicht gleich. Sollte doch eigentlich hier auch passen. Dann nehmen wir uns hier das schöne Tram-Tool. Nein, noch keine Oberleitung. So weit sind wir nicht. Jetzt habe ich... Ich will da noch keine Oberleitung haben. Das ist doch vollkommen unnötig. Elektrizität ist wahrscheinlich noch nicht mal erfunden. Doch, ist sie schon. Aber... Es gibt in diesem Spiel auf jeden Fall noch keine elektrischen... ...Wagen. Weder Zug noch Tram. Was mache ich hier? Auf der Straße will ich jedenfalls keine Oberleitung haben. Noch nicht. So. Fahren wir hier mal eine schöne Acht. Eine ganz tollen Kreuzung in der Mitte. Wovon eigentlich alle Glase unnötig sind, weil... Ich fahre ja nur in eine Richtung und eigentlich immer nur am Rand. Aber gut. Von hier nach da nach da. Ja, nach da. Die tolle Acht. Können wir die Strecke aus gleich nennen? Wir nennen sie... Wie heißt die Stadt nochmal? Ja. Das würde mir nicht einfallen. Pa... Pa-Ju, Pa-Ju. Ich wusste es von Anfang an nicht. Ja. So. Pa-Ju. Tram. Dann kaufen wir doch gleich mal zwei Stück. Hier habe ich sogar... Ich habe ja schon eine richtig tolle Tram. In Europa hat man am Anfang noch keine tolle Tram. Und auf die Linie. Ist das nicht toll? So was würde ich heute gerne auch noch rumfahren. Also wirklich. Das... Das hat doch irgendwie was. Also okay, die Tiere tun einem schon ein bisschen leid. Aber... An sich... Das sieht schon cool aus. Aber nein, Tierwohl geht natürlich über... Über unser Entertainment. Deshalb fahren wir elektrische oder dieselbetriebene Trams. Zumindest im 21. Jahrhundert. So. Bei einer freut sich größter Beliebtheit. Wobei ist es tatsächlich einer drin. Brudel. Da. Da sitzt einer. Ich hab den gar nicht zu stehen sehen. Ist hier schon einer drin? Wo fährt die eigentlich lang? Warum fährt die hier lang? Ich steuere jetzt irgendeine andere Station an als die andere Bahn. Ne? Ich sag nicht, die will die ansteuern. Das wäre vollkommen unnötig. Die KI ist manchmal einfach ein bisschen nervig. Dann muss ja die... Die fahren doch eh beide. Die sind beide jetzt direkt hintereinander. Nur dafür fährt die die ganze Zeit leer rum. Verschwendung. Einfach eine Verschwendung. So. Ich hab schon 3,4 Millionen Dollar mittlerweile. Es wird Zeit schon mal, die Strecke zu erbauen. Und in ein paar Minuten müsste ich genug Geld haben, auch einen neuen Zug zu besorgen. Der hier schön hin und her pendeln kann. Ach komm. Ich pausier das kurz. Reißen die Straße weg. Ich brauch nicht zu pausieren, weil es keine Hauptverbindung ist. Da spielen wir uns nicht rum. Dann kann ich's auch weglassen. Gut. Ich möchte es ganz, ganz toll parallel haben. Dann bauen wir das... ...möglichst so daran, dass hier theoretisch noch eine Straße hochführen könnte. Ich glaube, das passt nicht. Egal. Da muss keine Straße hoch. Da muss die Straße nach unten führen. Sollen wir direkt zwei Gleise nehmen? Weil irgendwann müssen wir das natürlich auch noch nach da oben bringen. Ich weiß es nicht. Ich warte erstmal ab, bis das soweit ist. Dann kann ich das immer noch bauen. So. Möglichst ohne viel hässliche Gelbe. Sagte er. Und dann kam das dabei rum. Eine einzige gelbe braune. Was auch immer. Hässlicher Damm. Ich will keinen Damm. Aber ich will auch keine... ...keine Erhöhung und Vertiefung. So wäre die Bahn natürlich exakt gerade. Die wäre halt schon extrem gerade jetzt. Aber auch... Oh, jejeje. Ganz schön teuer. Scheiße. Ich hab schon viel... Wir sind... Wir sind im Jahr 77. Wir spielen seit sieben Jahren. Und wir haben schon irgendwie... Keine Ahnung. Fünf oder sechs verschiedene Züge. In Europa hat man jetzt gerade mal, glaube ich, gerade den dritten freigeschaltet. Also da geht es hier in Asien auf jeden Fall mehr ab. Was die Produktion angeht. Was ich sagen wollte, ist, dass die Züge irgendwie alle russisch sind. Ich verbinde Russland jetzt nicht unbedingt mit Asien. Auch wenn es geografisch natürlich größtenteils in Asien liegt. Aber Russland ist für mich eher so der... ...der westliche Teil Russlands. Und der ist halt eher europäisch. Gut. Das kann man so akzeptieren. War auf jeden Fall teurer. Billiger. Als die... 400.000 Dollar Kostenvoranschlag. Die wir vorhin hatten. Aber dafür geht es vermutlich auch... Oh, jeje. Das geht ordentlich hoch hier. Ich hoffe, das schafft der Zug. Aber wir haben jetzt ganz tolle neue Züge. Die sollten ja mittlerweile schon ordentlich PS haben. Jetzt ist natürlich die Sache mit dem Zugdepot, ne? Ich würde sagen, das reise ich ab. Und ich baue hier hinten ein neues. Und dann ziehe ich das an beide Gliese dran. Dann habe ich ein Zugdepot für beide. Für beide Seiten. Moment. Schön parallel. Ich würde das vielleicht nicht so... Wobei hier, hier kommt keine andere... Hier ist ja nichts. Hier brauche ich ja nicht mehr Gleise. Das macht gar keinen Sinn. Ich kann das schon nah dran bauen. Sofern das jetzt... ...hässlicher Höhenunterschied, ne? Komm, die Dinger sind nicht teuer. Ich möchte ja nicht alles immer umformen müssen. Oder später neu bauen. Kommt es halt ein bisschen daneben. Und dann sehen wir hier eine Verbindung. Und dann sehen wir hier eine Verbindung. Toll, wirklich traumhaft. Können wir das hier weg. Ich glaube nämlich, die verursachen auch Betriebskosten. Das ist natürlich unnötig, wenn man zwei unterhält. Ja, hier 150 Dollar. Alle paar Sekunden 150 Dollar. Die sparen wir uns jetzt. Gut. Dann kann die Linie ran. Hat er direkt am rechten Terminal verbunden. Gut, geht auch nicht anders, weil hier ist keine Verbindung. Aber... ...hab ich natürlich wieder gut mitgedacht. Ich möchte hier auch, dass er sich volllädt. Vor allem hier auch nur mein Zugbetrieb. Dann, ähm... Sägewerk... ...Werkzeugfabrik... So heißt das Ding noch, ja. Vier Millionen Dollar sollten eigentlich erstmal reichen, um einen schönen Zug zu kaufen. Jetzt ist die Frage, welchen nehme ich? Der hier hätte natürlich krass viel FPS. Ja, PS. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht nötig. Das ist... So kostet er natürlich deutlich mehr. Also, was... Nehme ich jetzt den, den ich auf den anderen Linien verwende? Oder... Ich glaube, ich nehme den, weil es geht auch ein bisschen hoch. Haben wir ja schon gesehen. So, wie viel kann ich mir gerade leisten? 3,8. Zack. Kann ich ja noch erweitern. So. Die Linie. Eine Station, das überlastet. Welche Station, das denn überlastet? Das kann ja eigentlich nur die sein. Ja. Das ist mir aber egal. Ich bin schon bei 89%. Das heißt, äh... Irgendwie nur noch eine Rate von 339. Warum? Warum ist die Rate runtergegangen? Egal. Gucken wir uns das Stecketeil an. Das kann eigentlich auch gleich umdrehen. Was soll's da? Kann sich hier immerhin schon mal schön voll haben. Aber... Der Zug ist nicht so rostig. Der wurde... Der wurde... Besser produziert, würde ich sagen. Wenn man sich das zu tun mal anguckt, das... und es sieht schon deutlich älter aus. Gut. Aber wie passt denn bitte die Rate von 339, oder was es gerade war? Ja. Wie passt das mit diesen 89% zusammen? Ist mir irgendwie schleierhaft. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass der Bahnhof tatsächlich überlastet ist. Ich weiß ja nicht. Ich kann ihn theoretisch gerade ein bisschen erweitern. 20.000 20.000 18.000 sogar nur. Wahnsinn. Hier unten noch einer dran. Jetzt sollte er nicht mehr überlastet sein. Ich möchte nicht, dass wir unnötig irgendwo Verlust machen. Der ist immer noch nicht voll. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Strecke so kurz ist, dass der Zug hier im Bahnhof immer anhalten muss und warten muss, bis er voll ist. muss man gleich mal gucken, wie voll er beladen wird, wenn er direkt wiederkommt. Wie viele Waggons leer sind. Dann können wir die nämlich eigentlich wieder verkaufen. Zwei Tonnen, eine Tonne und ab geht's zur Werkzeugfabrik. und ab geht's. Und da ist er sicher, dass eine Tonne Ich habe Angst, dass meine Festplatte vollläuft. Die ist nicht mehr so voll. Nicht mehr so leer. Ich hab's aber auch. Ja, Red Dead Redemption 2 und Transport Fever haben sich... Also vor allem Red Dead Redemption 2 haben sich ganz schön breit gemacht auf meiner Festplatte. Ich habe nicht geguckt, wie viel er das einbringt. Jetzt müssen wir gucken. Boah, der wird nur zur Hälfte beladen. Ja, komm. Also zwei Anhänge haue ich auf jeden Fall wieder weg. Wir müssen auch bedenken, die Rate ist ja hier noch nicht bei 100%. Aber produziert er noch nicht ganz so viel, wie er könnte. Wir könnten die natürlich jetzt beide nochmal in Zweifel verlängern. Aber ja, das habe ich schon befürchtet. Dann müssen jetzt hier auch neue Züge her. Ich kann das nicht ändern. Leisten kann ich es mir. Sogar deutlich. Das ist gar nicht so teuer. Wie sieht's denn mit denen aus, den Küsten? Sollte ich mir auch leisten können. Rein theoretisch. Komm, dann mach ich das. Dann habe ich hier auf jeden Fall eine Rate von 400. Hoffe ich, wenn sich das gleich ein bisschen aktualisiert hat. Die fahren jetzt auf jeden Fall schneller. Beschleunigen besser. Bleiben hier hoffentlich auch nicht mehr stecken. Dann werden wir langsamer. Und können natürlich mehr transportieren. Ist leider noch nicht voll. Ich will wissen, was ich dafür bekomme. Ich sag, 1,4 Millionen. Das ist jetzt meine Schätzung. Mir gefällt das mit diesem kleinen Waldstück. Einfach zwischen den Palmen herfahren. Wirklich toll. Und wir verlieren hier tatsächlich. Doch. 1 kmh verlieren wir wieder. Und wir beschleunigen nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall schon mal deutlich besser, als es beim ersten Zug war. Wir haben jetzt auch noch mehr Anhänger drin. Dann muss man auch noch diesem Zug zugute halten. So. Habe ich gut geschätzt. Das ist jetzt aber wenig. Möchte ich sagen. Wir haben bei beiden Zügen 4 Waggons mehr, als zum Anfang. Und nur mal 200.000 mehr. Ich bin gerade so faul, das hochzurechnen, ob das richtig ist. Ich habe mich auf jeden Fall verschätzt. So. Man kann es nicht ändern. Wie sieht es eigentlich hier in Paju, Paju? Ich weiß es nicht. Ich werde es auch noch googeln, wie man es ausspricht. 3 von 7. 6 von 7. Ist okay. Die sitzen. Wir sitzen sogar oben drauf. Wie geil ist das denn? Aber warum? Also jetzt mal rein theoretisch betrachtet. Hier passen 7 Leute rein. Ja, ist realistisch, ne? 7 Leute in diese Tram. Wenn man auch noch oben drauf sitzen kann. Das kommt auf jeden Fall hin. Ist ja nicht so, als wären jetzt bei 6 von 7 noch so schätzungsweise 30 Plätze frei. Rein theoretisch. Oh gut, die Leute möchten natürlich auch ihren Platz. Oh. Was ist denn hier los? Wollen die alle mit der... Die wollen doch nicht alle hier mitfahren, oder? Was ist das denn? Warum um alles in der Welt stehen da 57 Leute? Ich brauche auf jeden Fall noch 2 Trams. Na, nicht... Ich wollte nur 2. Jetzt habe ich einer zu viel. Aber was soll's. Wir wollen ja unsere Kundschaft hier nicht warten lassen. Wir wollen die ja alle fein abholen. Ey. Jetzt fahren die durch. Ich glaube es auch noch. Jetzt fahren sie zu den Haltestellen, wo kein Mensch sitzt. Keiner. Hier. Eine Person. Ja gut, hier sind 17, das ist noch okay, aber trotzdem. Jetzt hält sie hier. Unnötig. Richtig unnötig. Richtig unnötig. Richtig unnötig. Die hätten alle hier halten müssen. Hier, wo 58 Leute potenzielle Passagiere warten. Ich würde mal sagen, das nächste Projekt ist auf jeden Fall schon die Werkzeuge dann auch von hier nach Paju zu bringen. Ich gucke mir mal Gerard an. Also grundsätzlich ist das alles flach. Das ist alles eine Ebene hier. Ich habe gerade auf Schiff geklickt. Ups. Das ist alles eine Höhe. Wenn ich ehrlich bin, sehe ich nicht mal eine Höhenlinie von zwei Metern. Obwohl man die von hier auch schwer erkennen kann. Aber grundsätzlich müsste ich das hier eigentlich überall schön lang ziehen können. Hier vielleicht schön durch den Wald. Das könnte, könnte cool werden. Doch. Dann würde ich sagen, baue ich doch erstmal den Bahnhof möglichst mit. Ich würde mal sagen, da hier auch die Industriegebäude sind. Ja, ich glaube, es macht eigentlich Sinn. Ich will den eigentlich hier mit überall verbunden haben. Dann brauche ich jetzt nicht schon Kutschen zum Verteilen einzusetzen. Aber hier kann ich den nicht hinbauen. Dann reiße ich ja die ganzen Gebäude, die ich beliefern will, nieder. Ja, gut. Dann kommt hier jetzt der Cargobahnhof hin. Dann kann ich ihn jetzt auch gleich nach unten setzen. Kann ich ihn nach oben immer noch erweitern. Wenn es dann irgendwann so sein muss. Und dann muss ich von hier mit Kutschen, beziehungsweise später dann LKWs, die Waren zu den Geschäften bringen. Zack. Ach, warum ist das denn jetzt hier so hässlich? Warum geht das hier so hoch? Kann das nicht mal auf einer Höhe gebaut werden? Das ist so schwer. Gut. Womit das der Bahnhof? Oh Gott, da versorgt echt gar nichts. Diese fünf Häuser hier. Das hier muss ich jetzt alles noch manuell beliefern. Ach ja. Mal so ein Aufwand. So, dann kommt... Kommt hier die Station für die Werkzeuge. Ja, für die Steine brauche ich die ja noch gar nicht. Ich habe ja noch gar keine Steine in Produktion. Reicht ja erstmal auch eine Linie. Ich war gerade schon... Ich habe schon zu weit gedacht. Ich war schon dabei, die auch alle anzubünden, aber die brauchen ja Steine. Gut. Dann da nach da. Ich nenne es jetzt schon LKW. Auch wenn ich weiß, dass wir noch keine LKW haben. Und die LKW kaufe ich auch erst, wenn der Zug überhaupt fährt. Ich habe ja noch nicht mal eine Linie gebaut. Schlimm genug, dass ich jetzt schon Betriebskosten für diese beiden Hütten hier zahlen muss. Ja, ich gucke erstmal... Ich gucke erstmal... Hm. Ja ne, einen Tunnel wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Erst recht nicht hier, weil hier so ein schöner Wald ist. Nein, nein, nein. Das mache ich nicht. Dann machen wir das so. Hier einmal schick durch den Wald. Kommen wir hier wieder raus. Dann fahren wir hier eine Kurve vor dem Berg entlang. Boah, das ist super schön flach hier. Das ist echt traumhaft. Können sogar mit 120 kmh überall durchbrettern. Komplette Linie entlang. Das wird eine tolle Linie. So. Hier wollte ich auch schon direkt mit zwei Zügen fahren eigentlich. Wobei ich nicht weiß. Produziert ja hier kaum was. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Später, wenn das geupgradet ist, dann braucht man hier wahrscheinlich zwei Züge. Wobei, bis das geupgradet ist, haben wir elektronische Supercargo-Züge. Die können wir dann so lang machen, dass hier auf der ganzen Karte ein einziger Zug reichen würde. Aber nein, komm. Das reicht so. Aber das war jetzt natürlich nicht intelligent gedacht. Denn ich möchte es natürlich auf zwei separaten Gleisen haben. Zwecks blockieren. Beziehungsweise eben, weil sie sich nicht blockieren sollen. Aber im Prinzip brauche ich die Verbindung hier eh, weil die Züge müssen ja auch irgendwo vom Depot auf die Linie kommen. Und jetzt muss ich auch glatt den Moment abpassen, wo der Zug hier steht, damit der Zug von hier auch was losfahren kann. Ich nehme... Ach komm, ich nehme jetzt den. Ist vielleicht Geldverschwendung, aber... Mein Gott. Eine Investition in die Zukunft. Gut, Werkzeuge. Ich nehme erst mal 56 Kapazität. Ich habe noch nicht meine Linie erstellt. Fällt mir gerade auf. Direkt ans richtige Terminal. Toll. Vollladen natürlich nicht vergessen. Und dann... ...sollte ich die Linie auch noch benennen. Dann fährt hier unser schicker Zug schon los. Die Knotizaktere. Schrei c Bis zum nächsten Mal.